Morgen, liebe Kämpfer, gleich 9 Uhr. Schau mal hier, hat man morgen Bunde mitgebracht. Schau mal hier, WCS hat er in der Bäckerei machen lassen. Ach, nee, das ist mir peinlich. Langsam ist es mir da peinlich. So, ich schau mal, was wir hier haben. Ja, da machen alle Autos für den BDR. Da waren schon drei, vier Stück hier. Ja, das ist, guck mal mit, ich zeig dir da mal. Ja, jawohl. Er kriegt jetzt eine neue Antenne, er braucht ihn zum Senden. Da ist schon Technik drin, aber wir haben bis jetzt alle WDR-Fahrzeuge gemacht. Guck mal hier, das ist schon, das ist schon, der hatte mal eben zehn Fernseher hier. Oh, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 und 4 hier. Ja, geht ja, ne? Ja, hinten noch, große Klimaanlagen, krach, das ist piquepacke vollgepackt. Ja, gut, so, ist wieder ein WDR-Auto. Im Sommer haben wir schon zwei gemacht und dann rüsten wir die nach und nach alle rum. Da musst du den ganzen Schrank auseinandernehmen und so weiter. Aber läuft's. So, der WDR ist wieder glücklich. Ja, und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann geht's wieder glücklich. Wir gehen weiter. Ja, und wenn euch das gefallen hat.